Musik 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 Ja Oh ja ich komme Hallo Ja ich freue mich auch euch so zu sehen Ja Ihr kommt doch an ihr kleinen Pussis Prost Prost Also Deckung ist aufgeflogen Die haben wir jetzt nicht mehr Kopf abtrennen Dann sind sie jetzt richtig tot Oder Ja aber er ist dann Oder ein Feuer machen Und die erstmal verbrennen damit wir Essen haben Nein 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 ich zeig dir wie es geht Ich zeig dir jetzt hier Wir machen immer so einen Spieß Damit halten wir die fern Funktioniert das echt? Ja ja Damit halten wir die erstmal fern für die Nacht zum Beispiel Dann haben sie erstmal Angst vor uns Ähhh Large Fn Wir nehmen erstmal die Ähhh Ich hab das mir mal durchgelesen dazu Hier Und da war mal die Rede davon Dass diese Dinger zwar gibt aber die nicht Pack mal was dran Ich fang mal an Ich fang mal an die Tübers nachzunehmen Äh hier ist noch einer Ja natürlich wir brauchen die Körperteile Äh da sind zwei Ja also wie gesagt wir brauchen die Körperteile Wir brauchen noch Ich hab einen Kopf brauchen wir noch Ähm Wir sind hier Ja hol mal einen Kopf Wir brauchen noch einen Kopf Wir brauchen noch einen Kopf Zwei Köpfe und ein A Aber ich hatte soeben Kopf hier Wo ist denn der Kopf hin? Hab ich den? Der Kopf ist weg Warte hinten ist einer von mir gerollt Wir brauchen noch einen Kopf Wir brauchen noch einen Kopf Leute ich komme Mit meinem eigenen Kopf Du gemacht Super Wir brauchen noch mal alles neu Nein 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 ich hab ne Idee weil wir machen das custom Ding Da können wir so viel ran machen wie wir wollen Sonst kostet nicht viel Und jetzt warte Musst du glaub ich die Sache einfach in die Hand nehmen Und da ranhängen Ja Hehehehe Und wir haben dich Cool Haben wir da irgendwo Sachen von denen rumhängen? Wir brauchen dringend mal was zu essen ne? Ich hab was Ich hab was Ich hab gar viel Ich hab auch gar viel essen Ich hab gar keins Warum hab ich kein Essen? Vogel 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 kommt schon stirbt Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Aber Chris wir könnten auch pennen gehen jetzt ne? Ja wenn Chris da hast können wir pennen Geil Ja lass pennen Ja lass pennen gehen komm Hier oben Vogel Vogel Komm Chris lass erstmal pennen Vogel Chris Lass erstmal pennen Es gibt doch genügend Vögel Ey das ist mein Zelt Das ist mein Zelt Ich will alleine schlafen Äh du hast meine Gesellschaft Nein ich will nicht kuscheln Oh hier sind so ein paar warme Brüder Das ist doch eben die Seife aufgehoben Da hast du nur ein paar Anzeichen gegeben Äh doch wo war noch? 2 bis Ja versuch Komm ne Fotzen Ja komm auf Ruhmzuschreitung Mischi Ja 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 Ich bin da grad beschäftigt ne Ich äh Ich hab mir noch was zu essen wollt Ja hund Jetzt lass erst mal pennen Ja Ich ist noch einer Haha Chris fiegt den einfach Haha Chris fiegt den einfach Haha Chris halte Kann man nicht essen Kann man nicht essen Da noch eine noch ein Noch ein Doch Koror 2 Vogel Oh Oh Johl Oh ich will den Beinenspuck haben Oh ich will den Beinspuck haben Jaaaah Nein � keine ahnung kann man jetzt kurz pennen damit jeder tag ist ich will was sehen ach komm chris der mario ist müde das ist echt schwer vögel zu erwischen was das ist wild und ja aber lass uns doch erstmal licht haben da hat sich noch einer bewegt von den also der kopf hatte sich noch nur noch einer fehlt und ich brauchst nix hier chris also ganz wichtig wir brauchen essen und trinken lagerfeuer überhaupt den lagerfeuer ja wir haben noch keins ich sterbe gleich ich brauche ein stick wir brauchen kein stick mehr hauptsache dass wir mit der knochen produktion ich will das fleisch haben nein du machst gar knochen hey konnte man nicht essen nicht wenn man die ganzen körper so reinschmeißt dann machst du graus knochen was ich dir denn nochmal indem du einzelne körperteile ab ach ich sehe es ja ich habe jetzt schon zwei sachen reingetan wie machen wir dich in meiner axt jungs stein und mhm äh ganz normaler heute kann man was essen mach mal irgendwie nen stick mario da ist noch was zu essen für dich darin ne ja wir brauchen noch irgendwas für den stein essen 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 ne brauche ich noch nen stick so wir brauchen bäume kurz rast crafting rezepte ich hoffe denn rast stimmt ja genau holt 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 und schon wieder aufbewohner warum hast du so viel jetzt da reingetan das essen wird's doch oh hehehe geht das geht das bei dir das ist drei leute ich weiß nicht drei au sind sie fast tot ja jungs ich hab ne steinachs heiz holz holz am start ich will das machen ok ich wollte mich jetzt mal so heilen ne ja hast du eigentlich zu viel essen rein geworfen mario jetzt vergangen so oder so ne ich finde du es noch eine zeitlang bei dir drin hältst ne gut aber wir haben uns ja eh entdeckt von daher haben wir die ganze zeit nahrungsnachschub ich hoffe einer von euch hat noch ein seil dabei ja am boot direkt ich bin der holzfäller julius ich bin ein top holzfäller ja sogar eine steinachs mario mit welcher kriegst du schneller mit der steinachs hallo mario immer bitte baumfeld rufen das wichtig was baumfeld rufen warum soll das denn wichtig sein falls ihr auf den kopf fällt ach und wenn schon also wie macht man nochmal knochenfeile fragt mich was leichteres kann man ich bin schon mal die erste ladung zurück ist voll da ging noch einer drauf ich soll irgendwo holz was holzladung einmal ausladen helfen eine aus das geht machen wir schnell ok kommt es lässt sich auch mal ein wagen zusammen oder sie ein einzeln hat warte mal warte mal ok schade geht nicht schade ich versuche gerade zu erinnern wie ich habe noch essen für dich mario michi äh chris ok jetzt hast du drei namen durch ich weiß wie man bohnenarmer machen wir haben doch schon essen ja da ist schon essen drauf glaube ich oder verdammt ich versuche mich gerade zu empfehlen nein ich habe mein geld reingeschmissen ja brauchst du ja eh nicht doch klar war das geklappt was würdest du denn damit machen ja wo kann ich jetzt vielleicht das erste was ich drauf getan habe kannst du mal kurz mit dem holzwagen hierhin äh ja warte ah ich glaube du brennst hab ich gerade ja jetzt kann ich das holz wagen bitte ja jetzt hörst mich auf und ich muss mal baden gehen liegt ja ganz viel holz noch das holz was ich da gerade hingeschmissen habe ja ich habe zwei getragen und den einen vor mich gehoben das ganze mit allen machen auch mit stein wenn du zu viele steine hast guck hier pass auf ich habe zu viele steine ja die ganze zeit nur eh dabei drücken aber es geht immer nur mit einem noch schlauer fuchs bist du mit der axt geht das wesentlich einfacher hier vögel zu töten als mit dem speer doch sehr mit dem holz piratieren fällen sie haben wir die am besten aber sticks für den wagen und dann geht das ganze noch schneller ja wir brauchen jetzt erstmal nur hier das hier weil dann kann ich mich auf dem wasser gleich die bau dinger setzen und danach baue ich mir dann den wagen kann man sich eigentlich ähm ach nee noch mal eingebrochen ja kann man sich eigentlich diese ähm dieser holzlager kann man sich jetzt auch auf dem boot bauen das ist ja praktisch wenn es gehen würde kommen wir gleich alles direkt auf einmal darüber bringen ein kammer noch wo hast du gefällt ich habe es gerade noch durch den berg fallen sehen ich habe gerade noch ein bisschen ausdauer probleme was habe gerade noch ein bisschen ausdauer probleme ich komme ob sie bleib mal da unten stehen ich lasse sie runterfallen alter wie kann ich denn noch brennen wenn ich brauche erstmal wieder energie man kann ja mittlerweile die ganzen baumstimmel entfernen warum kommt was kann man entfernen was kann man entfernen diese restlichen von dem bau übrig bleiben also die bau stämme ach so diese stumpfe ja wie das denn wenn wir draufhauen aber ich glaube nur mit der steinachs dass ich jetzt um den steinachs hinbekriegt ich glaube ich denke dauert es etwas länger ja lass ihn zu mir fallen er ist nach oben ja ich lass ihn auch da runterfallen dann können wir den steck aufheben nimm noch deinen wagen mit runter das reicht schon das reicht schon so da hinten ist kein stein mit ich bin doch parking erweitert ah ok wie sieht das aus ziemlich komisch ziemlich ziemlich komisch Chris was machst du richtig die ganze zeit jagen hab jetzt kann ich schon mit pfeil und bogen jagen hey erhöht dann jetzt unsere nahrungs und das ist drei stück ne perfekt drei ist ideal ich nehm dir mal einen ab mario so danke war zu mir schwer zu tragen hey wie kann man das jetzt fahren das wird ein bisschen schwieriger haben wir es eben falsch schon gebaut kann man das nicht auch rückwärts fahren hat das keinen rückwärts gange ich weiß es nicht los mario ja ab nach steuerbord nimm mich mit hi ich schiebe hoffentlich setzt sich das nicht auf dem land gleich fest ich schiebe komm schon komm schon eh ups wir sind hier gerade runter so jetzt hier in die andere richtung ja weiter jetzt nach vorne ja wie mach ich denn nach vorne das weiß ich auch nicht mit wem funktioniert nicht mit jetzt auch mal ausprobieren ey warte wie stolpert das denn du musst irgendwie dieses Ruder bewegen darf ich noch was ja warte warte ich schieße mal ein bisschen weiter nach vorne wenn es geht ja du schiebst du schiebst du schiebst so das müsste reichen aber irgendwie sterren kann man nicht wir haben es schon mal geschafft ja wie machst du das mit den pfeiltasten dreh uns mal dreh uns mal dreh uns mal chris dreh uns mal chris ich weiß noch nicht wie mit d und e mit dir und ja ich dreh euch mal also geht es nicht umdrehen drehen macht christian eigentlich auch du wirst in die falsche richtung ne weil wenn du jetzt ganz fest auf land meist in die andere Richtung nee warte auf mich aber halt 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 bleib stehen bleib stehen bleib stehen dann ist nämlich diese kleine mini ok halt 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 ich dreh mich mal so um dass ich auch sehen kann wohin ich fache Hallo könnt ihr euch mitnehmen schwimm doch rein kann man da reitschirmen ach geradeaus ist in die richtung wo du hinguckst bei dir warte wie funktioniert das hier na ja 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 ich bin grad rückwärts gefahren du kannst hier auf meiner seite kannst du rein dreh mich mal Hallo ist er schon oben drauf dann würdest du gleich weiter fahren ja ich bin da also mit dem maustasten tust du halt also mit linker maustasten nach vorne und rechter maustel nach hinten sonst mal aus wasser rauf halt halt so ausrichten und jetzt kannst du grad aus ja juhu ich hol gold für olympia ja ich sehe nur nicht was links ist ich sehe nur rechts ja es ist ok ist ok du musst so ganz langsam nach links noch was weiter noch was noch was noch was allein kann man echt nicht manövrieren ok 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 jetzt noch ein Stück geradeaus und dann können wir ja wir können eigentlich nicht nur anfangen bauen ja das geht habe ich rausgefunden so christian ja kannst du das schiff jetzt einmal um 180 grad wieder drehen ja man kann ihn bauen ah nicht ah nicht mich runterspringen so ok dann stürze ich mich jetzt mit der plattform mit rein ja bleibt noch so ja genau ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020